Hier ist eine Spur etwas verpackt gewesen, ist aber das Ganze nun gepatcht worden. Ihr könnt es euch besorgen nun. Ihr könnt euch die Spur... Sorry, ihr könnt euch die Spur holen. Hier müsst ihr den Endgegner quasi finden. Das ist ein bisschen kompliziert. Hier habe ich mich ein paar Mal verlaufen. Ich zeige es euch mal so ein bisschen auf der Map, wie man da hinkommen kann. Man muss einmal hier so oben rum und dann über so einen Weg hier reinlaufen. Ich hoffe, ihr findet das. Eigentlich wollte ich diese Art von Video... Eigentlich wollte ich diese Art von Video in der nächsten Zeit nicht mehr machen, wo ich meinen Senf dazugebe. Aber irgendwie kann ich mich für mich halten. Ich will heute mit euch über das neue... Moras flüstern. 1, 2, Test. Heute möchte ich euch mal mein neues Haus zeigen, das ich noch nicht mal selbst gebaut habe. Und zwar habe ich diesmal tatsächlich bauen lassen. Ich hatte noch so viele leere, große Häuser, für die mir einfach die zündende Idee gefehlt hat. Cut. Das Neujahrsfest ist da. Zumindest auf dem Test-Server. Es kommt unspektakulär einher, aber dennoch bringt es etwas mit, worauf wir Housing-Freunde uns tierisch freuen. Das Neujahrsfest ist da. Das Neujahrsfest ist da. Ich bin da schon mal in der Falle gefallen, bei einem seiner anderen Häuser, ihre anderen Häuser. Stopp. 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 1, 2, 1, 2, Test, Test. 1, 2, 1, 2, Setz ist da. 2, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, und. Vielen Dank.